Hallihallo Hallöle und herzlich Willkommen zu Exos Sock der Ark Survival, dem Spiel mitten aus der Dinosaurierwelt, übertragen durch High-Technologie in die Gegenwart, also zu euch hin, damit ihr das überhaupt sehen könnt. Und mit dabei ist der freundliche Herr aus der Hölle, da sehen wir ihn, der guckt gerade in seinen Arm rein, da kann man so schauen, da kommt so ein blauer Lichtstrahl raus, das ist der freundliche Herr Lucifer und ich muss mal gerade feststellen, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, ich habe es aber da nicht erwähnt, der Herr Lucifer sieht mit seinen Armen und seinen Helm und sonstiges, der sieht aus wie ein Tor, jetzt müsste er eigentlich noch so einen Hammer haben oder sowas. Gibt's nicht. Gibt's nicht, ja siehst aber halt so aus, tut mir leid, also da kann ich nicht zu, wie du immer so schön sagst. Wie geht's dir, Luzi? Geht, ne? Geht? Wohin geht's denn? Nach Takatuka-Land. Nach Takatuka-Land, da würde ich auch gerne hingehen. Da gibt's nämlich... Drei mal, drei mal neune, Willwitt, das wollen wir lernen. Ja, da ist der Shady, der kennt sich ja bei solchen Liedern aus, der hat nämlich, ja es ist so ein Mensch, der sich so Nachwuchs angeschafft hat, also der hat sich Mühe gegeben, fünf Minuten lang. Geht Nachwuchs. Lass das nicht deine Frau hören. Dann darfst du wieder zehn Zentimeter unter den Teppich laufen mit Zylinder. Nix, Jungs, wir hören uns vielleicht später nochmal, ich geh erstmal pennen. Jo, viel Spaß dabei. Und die Hände über die Bettdecke. Nee, dann kommen dir ja einen Ventilator. Oh, ja, das kann ich verstehen, bei so einem langen Finger, dann ist das schon übel. Ja, ja. Also, bis später. Bis später. So, jetzt muss ich mal gleich nachgucken. Oh, ein Level Up, sehr schön. Während ich hier den Level Up habe, werde ich mich mal um meine Hit-Points kümmern. Danke sehr. Und dann schauen wir mal, was wir bauen können. Was können wir denn Neues lernen? Lernen, lernen, lernen. Bis Level 20 haben wir noch ein bisschen Weg. Das heißt, wir heben die Punkte noch auf, weil da ist einmal noch dieser supergeile Pfeil. Das eine sieht hier nach Helm aus. Das sind die Schuhe, das sind die Handschuhe. Und da hätten wir auch noch mal ein neues Reitgeschirr. Und ich weiß nicht, welcher Dinosaurier das sein wird. Also, deshalb gebe ich die Punkte noch nicht aus. Ein Raptor-Sattel könnte ich noch machen. Den lerne ich mal gerade noch schnell. Den Parasaurus, den Raptor-Sattel. Also, der Raptor wäre sozusagen direkt danach. Ich muss mal nachgucken, wie viel der eigentlich braucht, um es zu bauen. Der Raptor-Sattel braucht 110 heute. Das ist echt mal eine Ansage. Der Fioma braucht 20. Und der Parasaurus, den ich dann gerne haben will, der braucht 80 heute. Boah, das ist jetzt übel. Ich habe immer gedacht, ich werden sie... 60 hast du gesagt. Ja, habe ich gedacht. Ja, hier steht 80. Da kann man sich mal wieder irren. Schade. Also, ist doch noch mal ein bisschen zu machen. Moment, guck erst mal in die Box, wie viel du da drin hast. Ja, ja, du hast sowieso schon mehr. Und ich habe auch sowieso zwei heute auch schon wieder bei mir, weil ich den Endododai gekillt habe. Also, heute kriegen wir schon einen Run, also. Da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf. Das passt schon. Einen Zattel haben wir ja schon. Ja, für das Schweinschen, ne? Genau. Ja. Ja. Schweini, Schweini. Also, Raptor ist aber auch ganz lustig als Reittier. Aber der Nachteil, du musst generell dann jagen gehen. Der frisst ja Fleisch, wa? Ja. Das ist noch der Vorteil von dem Pflanzenfresser. Da brauchst du ja nur die Beeren. Und an die Beeren kommst du ja immer generell einfach ran. Und bei der Jagd ist halt schon ein Problem. Ja, du musst erst mal jagen gehen. Du musst natürlich auch die adäquate Beute finden, ne? Und du musst die Beute natürlich auch legen können. Ja. Ist ja auch nicht immer. Ich habe hier irgendwo einen Dodo gesehen. Wo ist er? Dodo! Da ist er doch. Oh, sogar zwei Dodos. Dodos! Dodos im Duell-Pack. Äh, im Double-Pack. So. So. So, ein Dodo haben wir. Wir können... Wir können... Die Beeren lösen sich auch langsam auf. Oh ja, das stimmt auch. Gut. Dann werde ich mir mal ein bisschen beeilen. Du musst jetzt ein bisschen Agummi geben. Aber... Ja, ja. Ich bin dabei. Ich renne schon. Apropos. Bevor ich die Häuslichkeit betrete, schmeiße ich natürlich die ganzen Beeren weg, die ich nicht brauche. Und die Fiber schmeiße ich auch weg. Weil ich glaube, wenn ich jetzt noch mit Fiber ankomme, dann erschlägt mich der Luzi. Und, äh, halt Schenschel. Das kann ich dann sogar verstehen. Zieht, zieht, zieht. Samen behalten, wa? Oder... Ja, bitte. Alle Samen oder egal? Alle, alle. Alle Samen behalten. Alle. Es regnet übrigens. Weil du weißt ja, äh, wenn wir, wenn wir doch später, wenn ich doch später die Largebox, äh, mach, die zum A-Pflanzen, dann brauchen wir Menge Samen. Okay. Weil ich mach doch richtig dann, äh, dass wir überhaupt gar nicht, äh, dann rausgehen müssen. Aha. Äh, zum, 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 äh, zum Sammeln, sondern nur bei uns dann anfangen zu sammeln. Ah, ich verstehe. Weil dann geht es auch alles viel, äh, viel besser und wir müssen nicht raus, äh, es, äh, äh, wir müssen uns keiner Gefahr aussetzen und so weiter und so weiter. Ja, das macht durchaus Sinn, das macht Sinn. Gut, wir gehen mal hier in die Hütte rein. Da liegt JD Lang, der pennt hier schon. Dann wollen wir mal schauen. Äh, Sproiled Meats. Äh, das hier. Oh, wir haben eine Menge Meat da. 20 Meats. Dann kann ich ganz viele Narkotika herstellen. Guckt euch das mal an. Und ich hab auch noch, äh, Haufen Meat bei mir noch drin im Inventar. Ich hoffe, du hast auch noch, äh, 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 Narko-Berries dabei, weil, ähm, ja. Die verbrauchen sich nämlich gerade. Ja, sind nicht viel, weil Haufen waren schon drin, Exos. Ja. Und, äh, Haufen sind auch die Zeit wieder weggange. Ja, das ist klar, das passiert. So, hier haben wir Samen. Da haben wir nochmal Samen, Samen. Ich hab Samen gesagt übrigens, Luzi. Ja, gut. Manche Leute finden das ja immer ganz lustig, wenn man das Wort so in den Mund nimmt. Äh. Die amüsieren sich dann. Das ist nicht so, dass ich nicht so ausstelle, wie Claire Kinder beim Kacken. Hihihi. Kleine Kinder beim Kacken, das finde ich lustig. So. Ich glaube, ich muss gleich nochmal kräutern. Das wird nicht ganz reichen. Wir brauchen nämlich direkterweise Bär nochmal. Aber ich gucke nochmal. Welche Kiste hast du gesagt? Ist so geil. Oh. Wir haben Halt ohne Ende. Alter Falter. So, 81 Halt. Ich baue mal den Sattel jetzt schon mal. Dann haben wir den schon mal. Ich hab dir ja schon gesagt. Ich hab mich schon schuldig gefühlt. Du hast dich schuldig gefühlt. Wo hast du denn das Wood reingepackt? Äh. Ich tu dir das einfach mal in der Kiste rein jetzt. Dann hol ich das gerade raus. Hier in der ersten Kiste. Oh yes. Wood. Ich hab diesen umstrukturieren müssen, weil, äh, ja, kein Platz mehr in der Anlage. Das kann ich mir vorstellen. Fioma, Parasaurus, Fiber brauche ich noch. Die haben wir ja auch irgendwo hier. Und dann ist, glaube ich, Luzi ganz froh, wenn ich ein bisschen Fiber verbrauche. Bug mal in die zweite Kiste. Warte, 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 warte. Ich baue erstmal den Parasaurus-Sattel. Sattel wird gebaut. Bitte warten. Bin ganz mal gespannt, ob das jetzt bei den XP einen Boost macht. Ich halte mal den Mauszeiger hier rüber. Boah, der hat einen Sprung gemacht, aber vom Feinsten her löcheln. Also da kann man ganz gut sehen, wenn man, äh, was baut, dann springt das regelrecht. So, Fiber hier rein. Ähm, hier machen wir mal Access Inventory. Da kommt das Wood wieder rein. Halt, es ist hier falsche Kiste. So, hier ist die richtige. Nö. Na, das haust du auch hier nö. Da mach ich erstmal auch den Sattel rein, oder noch nicht? Warte mal. Ich könnte mal den Sattel... Der Sattel hascht hier hinten hin. Da andere. Wo mach ich den Sattel rein? In der, okay. Da mach ich jetzt auch den von dem Parasaurus erstmal rein. Parasaurus. Den hab ich sogar schon eine Skin verpasst. Ja. Gut, Steine brauch ich. Aber noch nicht hier. Boah, ich klem hier irgendwie fest. So, ähm. Geh mal bitte erstmal an die, an die zweite Kiste hier. An die Kiste. Dann guck mal rein. Ja, da hab ich schon reingeschaut. Das ist eine ganze Menge. Guckt euch das mal an. Sogar ein Komposthaufen Dings. Das heißt, wir können Dünger herstellen. So, ist ja eine schöne Menge dabei. Okay. Muss man mal sagen, ne? Der Luzi war aber fleißig. Ja. Luzi, du warst fleißig. Mhm. Dankeschön. Du warst fleißig. Äh, Exos? Ja, Luzi? Kannst du mir sagen, was ich mit, äh, mit deinen zwei anstellen soll? Mit deinen zwei was? Äh, guck mal hier, wo du der Sattel reingemacht hast. Ja. Guck mal rein. Gluprenz? Die hab ich, ja, die zwei. Die aktiviere ich in die. Äh, ich glaub, die musst du einmal im Inventar haben oder die irgendwo hinziehen. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Wow, die sind sogar lila. Ja, und dann kannst du sozusagen die Dinger bauen, ohne das, ups, du musst mir schon mal durchlassen, ohne das Rezept zu lernen, sozusagen, weißt du? Ja, schon klar, aber, hm, ja, ne? Aber so genau kann ich es dir halt auch nicht sagen. So, ich mach nochmal eine komplette Ladung Nacktbäris. Oh, 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 oh. Was denn? Oh, 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 oh. Was denn? Guck mal hinten, äh, die gewohnte Stelle. Grüner Strahl. Äh, grüner Strahl. Äh, ach ja, da, ja, hau mal rein. Ich renne erstmal nicht zum Strahl mehr hin. Ich bin jetzt erstmal entstrahlisiert. Nee, du sollst auch nicht mehr in den Strahl reden. Ach, ich soll nicht mehr zum Strahl. Nein, ich hab ke Bock, noch mal, äh, noch mal drei Stunden, sag ich mal, zu fahren. Ach so, ich verstehe. Aber irgendwann werde ich trotzdem zum Strahl laufen, aber nicht mit teuren Dinosauriern. Das war ja wirklich ein sehr teurer Spaß. Ja, das war ein scheiß teurer Spaß. Ja. Das hat ja uns ja mindestens so, äh, zehn Folgen zurückgeworfen, wa? Ja. Ja. Ja, 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 100. Aber, äh, jetzt, äh, jetzt haben wir ja schon einen Haufen, äh, Haufen Zeug. Ja. Ja, 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 ja. Und das müsste ja jetzt eigentlich plus, minus schneller gehen. Ja, ich hoffe schon auch. Ah! Was denn? Stimmt was nicht? Jetzt mach. Regenerier dich, du blöde Sau. Tja, mit Maya Müller wäre dir das nicht passiert. Ich feiere diesen Charakter ja immer noch irgendwie. Maya Müller, also, seit, 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 äh, den Zombiespiel und, äh, Sims 4 und so. Also, das ist so langsam so meine Lieblingszeit. Wow! Was denn? Wow, geil! War da ein Kekse drin, ne? Nee, das sind Sachen, wo ich nicht bauen muss. Oh, geil! Was denn? Alles, alles Wutzeug. Alles Wutzeug. Alles Wutzeug. Na. Also war das jetzt mal eine Baukiste? Ja. Okay. Sehr schön. Na. Sehr, sehr schön. Die Frage ist, ob du jetzt zu voll bist, wa? Nein, 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 nein. Alles Wutzeug. Geht, geht. Okay. Man weißt ja nie. Wenn du so viel Wutzeug hast, weißt du ja, kann ja auch passieren, dass man auf einmal zu schwer wird, ne? Nee, nee, das ist alles schon gecraftet. Ja, ist schon klar. Aber das hat ja auch Gewicht. Ja, aber nicht so wie, äh, äh, normales Holz. Ja, ja. Man hat ja immer Bauverlust drin. Das heißt, gab's ja mal einen, der hat ja auch geäußert, ja. Ja, das ist ja alles noch nicht so ausgebalanced, äh, dass das Ungekräftete, äh, alles schwerer ist als das Gekräftete. Dann hab ich mir überlegt, hm, wenn man irgendwo so eine Tür baut, hobelt man ja ein bisschen rum und so weiter, dann fällt ja immer Späne ab. Ja, aber ich sag dir ehrlich eins, das ist, äh, sehr gut sogar. Ja. Also ich find das, äh, so im Moment wird's sehr gut, weil ich kann, äh, dann losgehe, kann, kann holzen, 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 dann, wenn ich voll bin, dann crafte ich schnell mal und dann holze ich weiter und craft wieder und so weiter und so fort. Genau. Von daher passt das doch eigentlich, ne? Dann muss ich nicht, äh, die ganze Zeit in der Hütte stehe, sondern bin draußen und, äh, tue holzen und craften, holzen und craften. Das Übliche also, was man so halt macht in der großen Welt der Paläontologie, ne? Ja, wie, äh, wie in jedem blöden Scheiß, weil du bist spät. So, Kräuter, Kräuter, Kräuter. Also wenn das so weitergeht, äh, werde ich definitiv bald anfangen können hier zu, äh, zähmen. Dann heißt es, wir können zähmen. Ja, und dann brauchen wir weitere Bären. Ja, das nächste, genau. Geil. Was denn? Ah, das mit den, äh, mit den Sachen, wo ich jetzt gekriegt habe, das ist richtig super. Du scheinst richtig glücklich zu sein. Ja, weil, äh, halt so, ne? Ah. Und noch eine Foundation. Pure. Ich freue mich nur, dass ich gleich meinen Lieblingsdinosaurier dann habe. Mensch, mein Lieblingssaurier. Die fand ich schon immer toll, auch schon zu Schülerzeiten und so. Oh, Mann, 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 Mann. Ach ja, Exaust, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir haben jetzt, ähm, äh, die Erendekammer, wo das, äh, Fleisch länger haltbar macht. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Hast du jetzt eine Haltbarkeitskammer gemacht, oder wie, so? Ja, hab zwei Stück. Aha, funktionieren die schon oder so? Oder musst du die irgendwie mit was Spezielles aktivieren, oder? Hier werden sie nicht aufgebaut. Wie? Hier in diesem Haus werden sie nicht aufgebaut. Wieso, was ist denn damit? Alles, was in deinen zwei Kisten hinten ist, ist alles fürs neue Heim. Ach so. Alles. Ach so. Alles nur fürs neue Heim. Für deine neue Hütten. Ja. Und schon eine Idee, wo du die Hütten hinstellen willst, oder? Nee, äh, da wollte ich abwarten, bis du auch da bist. Ah, okay. Dass wir einen, äh, Standort, äh, sag ich mal, zusammen friemeln können. Gut, pass auf, wir machen folgendes. Ähm, sobald wir die zwei Saurier haben, machen wir nochmal ein bisschen Grundzeug sammeln. Und dann, ähm, gucken wir mal um nach einem weiteren Standort. Ja. Gut. Und in den neuen Standort sollten wir natürlich auch ein Bett hinbauen, damit wir hin und her reisen können und solche Geschichten, ne? Gut, dann, dann baue ich noch ein Bett. Ja, das müssen wir dann sowieso dann halt machen halt, ne? Nee, weil ich baue dann vorher ein Bett. Nicht, dass wir dort ankommen und wir haben kein Bett. Das meine ich dann. Ja, das ist schon klar. Das war mir schon einleuchtend. Das ist genauso wie ein Curvy Space Programm, haben wir ja auch wieder irgendwann landen können. Weil ich weiß ganz genau, dass mir noch, äh, Sachen fehlen, wie zum Beispiel Wände oder sowas, werden mir noch fehlen, das weiß ich. Ja. Aber ich hab schon mal so, äh, so viel gebaut, dass ich wenigstens vielleicht die ersten zwei Stockwerke vielleicht mal schon mal fertig hab. Aha. Vielleicht. Na. Betonung auch vielleicht. Na, gucken wir mal, ne? So, Berries, Berries, Berries. Ich sammel Harry Barakonte. Das ist der, der sammeln konnte. 6 mal 4 sind 24, ne? Äh, ja. Wieso's? Äh. Also, wir machen entweder, äh, 5 mal 5 oder 5 mal irgendwas Fläche. Mhm. Weil ich hab 20 Foundations. Also 21 jetzt. Oder, wir machen 6 mal 4. Ja, klingt besser. 6 mal 4, dann muss ich mal noch, äh, muss ich noch 3 Foundations noch schicken. Ja, klingt doch nicht schlecht. Okay, Lutsche. Mach mal so eine schöne, große, so Dingsbums, ne? Aber das, das überbauen lass ich mal wirklich über dir jetzt mal, ne? Weil ich mich jetzt wirklich mehr aufs, äh, ganze Viehzeug sozusagen konzentrieren will. Also immer mehr. Exos, kannst du mir gern das Bau überlassen? Das geht mir nur darum, äh, dass du auch mitentscheidest tust wegen Standort. Ach so, ja, das machen wir ja dann sowieso zusammen, wenn wir dann den, die Reise machen sozusagen, ne? Das, da werden wir schon was finden, ne? Die, die Landschaft ist ja hier recht groß gehalten. Was ich sehr erstaunlich finde, wenn ich das zum Beispiel jetzt mit The Forest vergleiche, äh, da ist die Landschaft ja relativ klein dagegen, ne? Und wenn man überlegt, wie lange The Forest eigentlich jetzt schon da in diesem Status ist, wie es jetzt sich mehr oder weniger befindet, ne? Ja, The Forest hat halt, äh, halt, äh, hat halt den, den Nachteil, sag ich mal, dass es ein kleines Entwicklerteam ist. Das ist natürlich noch die andere Sache dazu, ja, ja. Das, äh, das scheint, äh, ARC scheint ein großes Entwicklerteam zu haben. Joa, wenn die da natürlich round the clock immer Patches raushauen, ne? Mindestens fünf bis sechs Leute mehr als, äh, als, äh, The Forest. Ja, das auf jeden Fall. Naja, und die scheinen auch da wirklich mit jeder Menge Freude dabei zu sein, dass sie da so hinterher sind aktuell, ne? Geht an, nur wegen Geld. Ja, das ist auch die Sache, aber, ähm, stell dir mal vor, jetzt haben die ja wirklich schon eine Menge Geld gemacht, die könnten sich auch einfach abseilen. Ja, mehrere Millionen gemacht schon, ne? Ne, äh, das ist, äh, wieder das, äh, das Thema Exos, äh, die Geldgear. Ach so, nach dem Motto noch mehr. Warum sollte ich denn aufhören? Warum sollte ich denn aufhören, wenn's, äh, so gut läuft? Ja, weil es Spaß macht. Das ist, äh, Exos, das ist nix anderes, äh, für, für mich ist das nix anderes, wie ins Casino gehe. Ach so. Weißt du, äh, du, äh, du gibst ein Chip, gewinns was, so. Ja. Du investierst den Gewinn wieder, äh, wieder. Du gewinnst wieder. Und so immer weiter, immer weiter. Irgendwann wo ist der Punkt erreicht, wo es nämlich geht. Und dann, ja. Also Casino ist so ein Thema, da kann ich gar nicht mitreden, weil das wäre so ein Ding, wo ich gar nicht reingehen würde. Das wäre das eine Ding. Und wenn man mich reingezwungen hätte und ich hätte einen Chip gewonnen, hätte ich den umgetauscht und mir dafür einen Kaffee geholt. Dann gibt's einmal gratis Kaffee. Ja, ich bin auch kein Glücksspiele-Mensch, aber... Da ich mich für jeden Scheißdreck interessiere, hab ich mal so gesagt, ach, äh, die spart immer durch. Hast du sozusagen einmal Glücksspiel durchgespielt? Ja, bloß. Aha. So, wir haben tierisch überzogen, sehe ich gerade. Wir sind schon bei 22 Minuten. So wie immer, ne? Ja, das ist Arc Survival. Ich glaube, bei Arc Survival können wir eh mit einem anderen Standard dran gehen, als wie bei anderen Spielen. Das ist hier echt die Hölle. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder, liebe Leute. Und, äh, wir haben ja langsam Material zusammen. Das heißt, wir werden langsam in die Phase rankommen, wo ich endlich den schönen Parasaurus haben werde. Und dann werden wir schnell danach weiter nochmal schnell sammeln und für Lucy das Schweinchen ranholen. Also, in dem Sinne, liebe Leute, ciao, ciao, bye, bye und shirio. Ciao, ciao, ciao. Ciao.